Hallo liebe Kunden, ich begrüße Sie recht herzlich zu unseren Markkauf-Nachrichten. Auch heute habe ich wieder tolle Themen für Sie vorbereitet. Das erste Thema wird die Fun-Spende sein und da sehen wir uns gleich wieder. Ja liebe Kunden, jetzt bin ich angekommen hier an unseren Lehrgutautomaten, dort wo Sie immer fleißig sammeln. Es sind 300 Euro zusammengekommen. Was mit dem Geld gemacht wird und was damit passiert, erzählten Sie jetzt der Herr Rommel. Herr Rommel, hier sind die 300 Euro, bitteschön. Dankeschön. Ja, liebe Markkauf-Kunden, ich möchte mich zunächst einmal recht herzlich bedanken, dass Sie so fleißig gespendet haben. Und bedanke mich natürlich besonders bei Markkauf, dass wir die Möglichkeit hatten, hier als Verein in diese Spendenboxen ranzukommen, um dort Sie auf unsere Möglichkeiten oder unsere Ziele hinzuweisen. Mit diesem Geld, was Sie freundlicherweise gespendet haben, wollen wir natürlich weiter voranbringen den Schlosspark. Wir haben dort, wie wir schon beim letzten Mal erwähnt hatten, die Schlossmühle erworben. Die nächste Veranstaltung, die wir haben, da lade ich Sie auch ganz, ganz herzlich zu ein, ist am 17.12. das Adventssingen im Schlosspark. Da wollen wir gemeinsam mit Ihnen Weihnachtslieder singen und wollen uns auf die besinnliche Jahreszeit einstimmen, auf die besinnlichen Tage, die danach folgen. Wir werden weiter jetzt an der Mühle arbeiten. Wir werden uns darum bemühen, dass der Schlosspark attraktiver wird. Und da bitte ich Sie, mitzuwirken. Engagieren Sie sich bei uns im Verein. Lassen Sie uns wissen, was Sie gerne hätten im Schlosspark, was man dort noch machen kann. Wir würden uns freuen auf eine gute Zusammenarbeit. Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit und bleiben Sie gesund. Vielen Dank. Ich möchte heute die Gelegenheit nutzen und Ihnen noch einmal die Edeka-App vorstellen. Was kann die Edeka-App? Zwei super Vorteile. Der erste Vorteil ist, Sie haben den aktuellen Prospekt immer auf Ihrem Handy. Der zweite, den ich noch viel interessanter finde, diesen Vorteil, ist, Sie sparen ganz, ganz viel Geld. Ich zeige Ihnen ein Beispiel. Diese Hähnchenschenkel liegen im Normalpreis bei 3,79 Euro. Nutzen Sie die Edeka-App, erhalten Sie diese Schenkel für 1,99 Euro. Wie Sie sehen, ein super Preispotenzial, was man hier ausschöpfen kann. Sie müssen es nur noch nutzen. Um Ihnen das noch besser zu erklären, erfolgt jetzt ein Video, wo Sie sich genau über die App informieren können. Und wenn Sie dann immer noch Fragen haben, stehe ich gerne zur Verfügung. Das ist die Edeka-App. Die Edeka-App weist Ihnen den Weg zum nächsten Markt und macht Ihnen die Einkaufsvorbereitung bequem wie noch nie. Alle Informationen rund um Ihren Lieblingsmarkt direkt auf einen Blick. Öffnungszeiten, Neuigkeiten und aktuelle Angebote. Die Angebote werden übersichtlich nach Warengruppe sortiert angezeigt. Blättern Sie Wochenprospekte jetzt auch einfach auf dem Handy durch. So verpassen Sie garantiert kein Schnäppchen und können noch mehr sparen. Wenn Sie etwas Besonderes kochen wollen, Ihnen aber die zündende Idee fehlt, hilft die umfangreiche Rezeptdatenbank der Edeka-App. Sie inspiriert Sie mit über 4000 Rezepten und lädt mit 50 Kategorien zum Entdecken und Ausprobieren ein. Durch Personalisieren des Rezeptbereichs erhalten Sie nur Rezepte, die Ihren individuellen Ernährungsvorlieben entsprechen. Egal ob vegan, vegetarisch oder glutenfrei. Das Gericht war ein voller Erfolg? Speichern Sie Ihre Lieblingsrezepte einfach ab, um sie stets parat zu haben. Das umständliche Notieren der Zutaten für den nächsten Einkauf können Sie sich mit der Edeka-App sparen. Mit nur einem Klick landen alle Zutaten direkt auf Ihrer digitalen Einkaufsliste. Und die sortiert sich automatisch nach den Edeka-Genusswelten, sodass Sie nicht im Zickzack durch den Markt rennen müssen, sondern Ihren Einkauf auf dem schnellsten Weg erledigen können. So macht Einkaufen Spaß. Wer für mobiles Bezahlen angemeldet ist, kann auch unsere ständig wechselnden mobilen Coupons nutzen, die beim Zahlen automatisch eingelöst werden. So wird Sparen noch einfacher. Die Edeka-App. Jetzt kostenlos im App Store und Google Play Store. Ja, liebe Kunden, haben Sie gerade genauso erschrocken wie unser Kameramann? Kann ich verstehen. Warum trage ich diese Maske? Halloween steht vor der Tür. Ich denke, auch Sie werden eine Halloween-Party planen für Ihre Kinder. Damit Sie auch super dafür vorbereitet sind, haben wir bei uns im Getränkemarktdurchgang einen großen Aufbau für Sie organisiert. Hier finden Sie verschiedene Artikel von Süßigkeiten bis hin zur Verkleidung. Alles steht für Sie bereit. Schauen Sie vorbei. Ja, liebe Kunden, das waren Sie wieder, Ihre Markkopf-Nachrichten. Ich hoffe, ich konnte Sie mit den Themen begeistern. Ich freue mich auf Ihren nächsten Besuch. Bis dahin, Ihr Marco Hesse. Ich freue mich auf Ihren nächsten Besuch. 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 Ich freue mich auf Ihren Besuch. Ich freue mich auf Ihren Besuch. Vielen Dank.